Hallo Leute! Heute habe ich viel zu tun, deswegen bin ich früher aufgestanden und jetzt möchte ich sofort gehen und rüber. Willkommen ich mein Paket? Das stimmt. Ja, das ist der vierte Versuch, aber ich will das machen. Und für jetzt muss ich mich vielleicht umziehen. Ja, ich sehe so schön aus. Ich sehe im Moment wie eine Hautfrau aus und das geht nicht. Also, na so sieht es besser aus. Jetzt kann ich zur Arbeit gehen. Der Winter ist endlich da. Es schneit. Und es gibt sehr viel Schnee. Yay, Schnee. Ich will Schneebälle spielen, einen Schneemann machen und Bergschuhe laufen. Und ich weiß nicht, jedenfalls Schnee. Ich hoffe, dass alles bleibt und nichts schmilzt bis zum Neujahrsfest. Das ekligste ist, am Neujahrsfest das Feuerwerk in den Dreck zu stecken. Nicht in den Schnee. Bäh. Das heiße ich zu machen. Ich habe mein Gehirn endlich bekommen. Das ist das Neujahrsfest. Das ist das Neujahrsfest. Das ist das Neujahrsfest. Das ist das Neujahrsfest. Eine Maus. Das ist das Neujahrsfest. Das ist das Neujahrsfest. Bis zum Neujahrsfest. Da coordinate ich mir noch mal zum Meerdagessen eingeladen. Es schneidet den ganzen Tag. Oh, ich will schon Neujahrsfest haben und Weihnachten und einfach nicht arbeiten. Es sind noch drei Arbeitstagewünsche. Ich liebe Sie und hause mich. Ich liebe Sie, ich liebe Sie, die Hose zu machen. Ich liebe Sie, die Hose zu machen. Wenn ihr Zeit gelingt, dann geht es nicht. So schnell siehst du mir, ich bin. Ich liebe Sie. Ich liebe Sie. Ich liebe Sie. Wir sehen uns auf YouTube. Es ist ein Teller und diese Küchenkuchen sind mit Kohl und mit Fleisch. Ja, das ist mit Fleisch und die anderen sind mit Kohl und Kartoffeln. Wow, was passiert jetzt? Eine Katastrophe! Oma, hat diese Küche gekocht? Denkst du? Nein. Ich denke, das hat der Koch aus dem Kaffee Quartier gekocht. Und im Kaffee gibt es eine Oma. Ich habe die nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es eine Oma war. Aber ich möchte eine Oma, diese Küche zu kaufen und zu machen. Ich sage dir, das hat eine Oma gekocht. Vielleicht hatte diese Oma Schnurbearten und war männlich. Aber das war eine Oma bestimmt. Eine Oma. Ja, ich verspreche dir. Danke. Eine Größe des Kuches. Mit Kuchen. Wow. Kohl und Kartoffeln. Kartoffeln? Ja. Hier ist Fleisch. Und die anderen sind mit Kohl und Kartoffeln. Keine Fleisch. Bist du vegetarisch? Bist du vegetarisch? Nein. Aber ich möchte... Now... Jetzt? Nicht jetzt? Jetzt? Keine Fleisch. Naja. Outside. Draußen. 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 Ja. Eine Tasse Tee. Oh, es ist lecker. Wupp. Lecker. Wie heißt es auf Englisch? Lecker? Nein, lecker. Schmackhaft. Auf Englisch. Tasty. Tasty. Mit der deutschen Aussprache. Und ich kann keine Kuchen. essen, weil ich zu viel gegessen habe. Ja. In diesem Podcast. In diesem Podcast. Ja. Genau. Kann nicht mehr. Es ist wieder nom 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 nom. Es ist schon halb zwöl. Ich gehe nur jetzt nach Hause. Heute war ein sehr langer Tag. Ich war mit meiner Scheiße. Ich gehe nur jetzt nach Hause. Es ist schon halb eins. Und ich kann wetten, dass mein Kater jetzt schreit. wir pröten das übernäht. Ja. Ich war halt. Hallo! Hallo! Heute war ein langer Tag, aber ich habe nicht sehr viel gefilmt, weil ich viel zu tun hatte. Im Moment esse ich etwas ungesundes, obwohl es sehr spät ist, aber ich bin hungrig. Und dann bekomme ich Schmerzen im Magen, wenn ich nichts esse und dann ins Bett gehe. Also esse ich und dann gehe ich schlafen. Morgen ist Freitag, morgen arbeite ich, dann habe ich einen Termin. Und dann ist Samstag und Sonntag und dann mache ich etwas Interessantes. Und sehr bald ist das Neujahrsfest und wir werden zusammen in das neue Jahr rutschen. Also ich filme das alles. Wenn ihr das sehen wollt, dann abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Das war ich, Alisa, Deutschlehrerin aus Russland und bis morgen!